Oh ja, ich habe das Recht. Sie haben nicht das Recht, mich anzuhalten hier. Kommt, bitte, lieber die andere Seite. Kommt, schauen Sie mal drin. Ich bin hier verhaftet worden von Migros. Komm, schauen Sie da drin. Ich habe Sie alles gezeigt. Nein, nein, ich habe das Recht. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Jetzt gibt es eine Anzeige. Wir verhaften. Wir verhaften nicht mehr. Jetzt gibt es eine Anzeige. Ich habe mich berührt. Fertig jetzt. Ich bitte Sie, Hörlicht. Kommen Sie doch schnell bitte rein. Sie haben alles geschaut. Lassen Sie mich jetzt weiter in Ruhe. Und sage vor allem, Sie haben geguckt überall. Das ist ein Schweizer Verbrecher. Unglaublich. Das ist ein Schweizer Verbrecher. Unglaublich. Das ist ein Schweizer Verbrecher. Und ich wurde von einem Schweizer Verbrecher verabschiedet. Und der Manager, für keinen Grund, hat sie gesagt. Sie sagen, Sie müssen mit uns kommen. Und ich sage, definitiv nicht. Ich zeige ihnen alles. Ich zeige ihnen, mein Jacket, die Humiliation, die ganze Sache. Und dann, ich sage, ich bin mit Ihnen. Und Sie sagen, ich bin mit Ihnen. Und Sie sagen, Sie haben mich nicht verletzt. Und sie wurden violent. Sie haben mich verletzt. Sie sagen, Sie haben mich nicht verletzt. Sie sind verletzt. Und dann, ich verletzte meine Kamera. Und Sie können nichts zurückgehen. Sie können nicht zurückgehen. Sie sind alle zurückgebracht. Sie sind die anderen. Die Swiss-Gestapo-Nazi-Polize. Und das ist sehr organisiert. Das ist wie Nazi-Germain. Was ich hier seit 14 Jahren erlebe. Hier in Schwesterland. Und das passiert jedes Mal, wenn ich rauskomme. Und wenn ich mit ihnen gehe, nach dem Supermarkt, auf dem Supermarkt, dann hätte ich etwas in meine Branche gelegt. Und ich meine, sie haben überhaupt nicht das Recht, zu pushen mich herum, zu touchen mich, zu getrennt, und zu arresten mich. Sie haben das Recht. Aber sie tun es. Und es gibt nichts, man kann zurückgehen. Das ist eine komplette Diktator-Ship. Und während sie schüren, zu den resten der Welt, und sagen, wir sind so neutral, wir sind so clean, wir sind in Schwesterland. Und sie machen einfach solche Dinge. Sie sagen, wir haben eine Signatur unter every human rights law, aber wir sind Schwester, und wir tun was wir wollen. Und wenn ich endlich auf meine Sony Sony dann sind sie zurückgegangen. Sie waren immer noch auf die Polizei, für nichts. Ich meine, sie gaben die Orte, in der ersten Zeit, und die Polizei hat die Orte, von der Swiss Justice Department, und ja, jetzt sie versuchen, die Proofs aus, von YouTube. So, das ist Swiss Censorship, you know, Middle-Age Swiss Censorship, versus die Fourth Amendment, YouTube. Ja, ja, ich liebe die Fourth Amendment, ja, ich liebe die Fourth Amendment, keep es auf, Leute, und, und, stop die Swiss criminals. Da sind viele amerikanische Patriots, die auf die Straße, die auf die Straße, und, die Swiss Banken, und, viele amerikanische Patriots, die in der Seconde Weltwahr, und, von der Swiss Collaboration, mit den Nazis, und, ich weiß nicht, warum sie das Symbol auf dem, hier sind. Ich weiß nicht, dass sie das Symbol auf dem, hier sind. warum sie das Symbol auf dem? Ich weiß nicht, ich weiß nicht.